Heute machen wir ein bisschen was Sommerliches. Er macht übrigens immer die Anmoderation. Ich fange jetzt erstmal an, damit die Tintenfische und die Masse fertig wird. Die haben hier einen kleinen Kopf. Da haltet ihr einmal unten fest und zieht dran. Und so zieht ihr das ganze Innenleben hinaus. Und dann schneidet ihr vor den Augen ab. So, können auch weg. Und das hier nicht wegschmeißen. Das machen wir heute zwar nicht dazu, aber das könnt ihr noch einfach in eine Paella oder sonst wo reinschmeißen. Dann habt ihr hier hinten die Flossen. Die nehmt ihr auch ab. Und damit zieht ihr auch schon gleichzeitig immer was von dieser Haut ab. Das verbrennt auch relativ schnell. Der Kalamari hat hier innen drin ein Schwert, ein sogenanntes. Das haltet ihr hinten einfach fest am Würzel und dann könnt ihr das hier vorne einfach rausziehen. Das könnt ihr nicht mit essen. Falls noch was drin sein sollte, geht ihr hinten an den Schwanz ran und zieht es so einfach raus und drückt es einfach raus. Für eure Füllung nehmt ihr auch ein paar Kalamaretti. Die schneidet ihr einfach in Ringe. Jetzt nehmen wir ein paar Kekse. Hier haben wir ein paar Apfelkekse. Die machen wir auch mit rein. Alles rein, alles muss, nichts kann. Sardellenfilets machen wir auch rein. Wenn es immer ein bisschen feucht ist und das ist es hier, dann könnt ihr immer nochmal mit Semmelbrüseln nachsteuern. Wir machen jetzt ein bisschen Zitronensaft noch an unsere Masse ran. Also solltet ihr keinen zweiten Mann haben, der das abfüllen kann, dann ist es doch super, wenn ihr euch einfach ein hohes Gefäß nehmt. Wir schneiden hier vorne einen kleinen Böppes ab und super. Zunehmen und weg. Und dann lasst ihr die erstmal ganz langsam in dem Öl braten. Wenn die Croutons ein bisschen angerüstet sind, dann schmeißt ihr einfach klein gehackten Knoblauch und Kapern drauf. Ab und zu ein bisschen schwenken. Dann lasst ihr sie einfach auf ein Küchenpapier tropfen. Nach dem Braten macht ihr erst Pfeffer drauf. Ansonsten würde der Pfeffer verbrennen, dann schmeckt er nicht mehr so intensiv. So, dann mariniere ich den Salat. Mache schön Öl ran. Es ist super, wenn ihr die, wenn ihr die Zitrone durch ein Sieb presst. Dann fallen hier nämlich, wir setzen hier im Falle, es sind Kerne drin, wie jetzt hier. Fallen die einfach in ein Sieb und ihr müsst sie nicht etwa aus dem Salat rausfummeln. Dann habe ich jetzt hier einfach noch ein bisschen Basilikum. Den schneiden wir noch ein bisschen klein. Und ein bisschen Salz. So und tipptopp haben wir einen bunten Gemüsesalat aus Tomaten, Avocado und Gurke. Wir können ja gleich schon mal ein Gläschen Wein trinken oder so. Und jetzt kommt einfach nur noch ein bisschen Olivenöl drauf. Auf unsere Thuben. So. Ein bisschen Salz. Ja, leck mich ja mal.